Hallo, jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed. Und wir sind jetzt hier oben gewesen, weil ich gerade den Wölfen nochmal einen kurzen Besuch abgestattet habe. Ich dachte, wir reden einfach mal um unsere Differenzen, aber sie wollten auch immer nicht reden. Und deswegen nehmen wir jetzt anscheinend Pilze, so wie es aussieht. Ja, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Gibt es hier irgendwo Pfeile noch? Na gut, dann unsere nächste Pilzerfahrung. M. Achte auf die Zeichen und durchquere die Türen in der richtigen Reihenfolge. Also da drüben ist eine hingerobbt. Ich probiere das einfach mal. Okay. Scheint richtig. Okay. Da gibt es ja jetzt nur noch den, ne? Bevor du eine Schwelle übertrittst, versichere dich. Denn ungewiss ist, wo Widersacher dich erwarten. Ja, 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 natürlich. Klar. Okay. Das haben wir ja quasi alle gewusst. Na? Aber wenn die Pilzrätsel weiter so einfach bleiben, dann nehme ich die sehr gerne mit. Dann nehme ich die wirklich sehr gerne mit. Äh. Ah, genau. Das ist jetzt hier wieder so ein... Hey! Hey! Nein! Letzter Fehler. Greif an! Nein! Ah! Deine Hede! Deine Hede ist verwirkst! Du bist schon fast tot. So leicht kommst du mir nicht davon! Also die randalieren ja ganz schön rum, ne? Muss man jetzt hier mal ein bisschen rauskommen. Du selber dabei hattest du? Was warst du noch? Das ist kurz bevor du stirbst. Ah, verfluchst du mich noch. Ja, Sauerei. Aha. 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 Ist ja dann irgendwie... Also wenn das jetzt nicht passt? Ne? Na gut, wir gucken. Ah. Weitere Relikte der Nephilim verblieben hier. Ich versah diese Steine mit einem Zeichen, damit die Menschen immerfort ihren Geist an der ihnen innewohnenden Kraft laben können. Ihr, die ihr hier die Stimme des Herrn vernehmen wollt, seht euch vor, denn er spricht verschlüsselt in Worten, die aus uralten Fäden gewoben sind. Hier offenbart er sich. Diesen Pfeilern von den Riesen der Urzeiten gebracht, um uns zu beschützen, gab er Bedeutung, die nur er selbst kennt. Amen. Renan von Clouin-Ferta? Keine Ahnung. Aber ich hab doch genau das... Ich spüre etwas. Licht und Hitze. Man muss also vorher das Ding lesen und nicht einfach nur lösen. Okay. Habe verstanden. Cool. Haben wir das nächste erledigt? Dann können wir hier hin und dann können wir das als nächstes machen. Das ist ja geradezu raumhaft. Mach's gut. Das Pferd, ne? Okay. Alles klar. Ich hab ein suizidales Pferd. Naja. Was wundert's mich überhaupt noch? Ich hab ja schon vieles in meinem Leben erlebt. Aber das... Dass jemand sich freiwillig von der Klippe stürzt, weg von mir zu sein. Also das... Das hatte ich eigentlich wirklich noch nicht. Naja. Aber es gibt für alles ein erstes Mal, ne? Na, dann kommt doch her. Ah, sehr gut. Okay. Ich hab jetzt für den auch schon keine Pfeile mehr. Ich lasse dich bluten. Ja, also sowas sollte man auch wirklich... Lieber im... Verspunnen. Dann ist es nicht so fies. Und deswegen hab ich jetzt gerade gekämpft. Ich gehofft hab, noch ein bisschen Level-up zu bekommen. Na gut. Ja, was haben wir denn da noch? Eine Hütte. Mit einem Dude. Ähm. Okay. Also hier unten sind irgendwie haufenweise Leute. Hät er die gefangen? Oben gibt's was? Oben kann man drauf in irgendeiner Art und Fall? Ach so, hier. Hier haben wir schon mal was geplündert. Okay. Die Losung. Ich habe gelauscht und ich glaube, ich habe es verstanden. Wo bloße Faust blauäugig haust. Das muss die Lösung sein, die man aufsagen muss, um in den PPP zu gelangen. Ja, Sigurd, da muss sie jetzt mal warten, ne? Hier ist irgend so was wie ein PPP. Paulaner Pippi-Pömpel. Nicht so flink, mein Hasenkind. Du darfst weiter keinen Schritt. Teilst du die Losung mir nicht mit. Äh. Okay, wir haben jetzt hier oben wegen Charisma. Bekommen wir da extra XP, wenn wir Charisma einsetzen? Tritt beiseite, lass mich rein. Sonst könnte dies Grinsen schon dein letztes sein. Wärst weniger blass, mehr grün und auch blau. Das mag niemand, erst recht keine Frau. Oh Gott, du dichtest ja wie ich. Geh ruhig rein. Die Losung brauchst du nicht. Fäuste, Gewalt und eingetreten. Hier gibt es Spaß und gebrochene Knochen. Ach, ich dachte jetzt wegen getreten, irgendwas mit Moneten oder so. Bist du bereit? Äh. Vielleicht später. Du kommst wieder. Sie kommen alle wieder. Okay, ich würde mich erst mal umgucken. Was ist das hier? Töten wir einen Dachs und bitten Odin um mehr Geld. Vermerk eines PPP-Mitglieds. Ich lebe es hier. Mit diesen Jungs herumzutoben, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Dazu zu gehören. Freunde gefunden zu haben. Prügeln wir aufeinander ein, bis uns die Birne pumpt? Ja. Habe ich mittlerweile weniger Zähne als Finger? Ebenfalls, ja. Doch jeder Kampf, so verschwinzt und blutiger er sein mag, endet immer auf nette Art. Mann umarmt sich, klopft sich auf den Rücken. Kommt sich halt ein Kopfschuss. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier. Das ist auch ein Fight Club, oder? Das ist halt eindeutig ein Fight Club. Ah, wieder zurück. Was? Lust auf mir? Ähm, klar. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Vielleicht bringt dieser dich zu Fall. Man nennt ihr nicht umsonst den Wall. Edward aus Lincolne. Edward aus Lincolne? Ja. Wundern. Ja. Nein. Bähigstirchen. Ausgewiesen. Dich kämpfen zu sehen war mir eine Freude. Bitter süß wie das Ale, das ich niemals vergeude. Solltest du dich jemals nach Kämpfen verzehren, dann mach mir die Freude, hier wieder einzukehren. Na, auf jeden Fall. Na geil. Ah, wieder zurück, was? Was? Lust auf mir. Klar. Bereits. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Du brauchst dich gar nicht sicher wähnen gegen diesen schnellen Dänen. Boller auskennt. Okay. Vorname Clark. Ja. Boah, ich liebe diese Fähigkeit mit dem Ausweichen und dem Verlangsamen. Das ist ja übelst nice. Das ist ja geil. Die machen starken Angriff. Du weißt aus, hast erstmal 20 Minuten Zeit, irgendwas anderes zu machen. Was? Wache ist das Wort der Götter. Ah, wieder zurück, was? Was? Lust auf mir. Klar. Bereit. Wunderbar. Nun zu deinem Gegner. Die Zeit ist reif, dein Kopf gleich dröhnt, wenn Silberzunge ihn verhöhnt. Nur ich verbleib, tu dir nicht weh. Hier ist der Held des PPP. Oh, oh. Au. Oh, das ist mal Ausdauern. What? Du kannst du... Um... Hier kam... So ein Schulterüberwurf, der ist ja aber richtig cool. Noch nie fand ich mich in solchem Gefecht. Ich spür deine Schläge noch immer nicht schlecht. Du stehst, so ich's denn richtig seh, an der Spitze des PPP. Ich fühle mich geehrt, glaub ich. Geh nun in die Welt hinaus, sprich nur voll stolz von unserem Haus. Erinnere dich in jeder Pause, dank uns lebst du in Saus und Braus. Leb wohl! PPP-Mitgliedschaft, was? Fausttänzer und verschwitzte Schwüre. Ja geil. Ist das cool? Das ist so doof, aber es ist auch so cool. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo ist denn das? PPP-Mitgliedschaft? Ach ja. Eine lebenslange Mitgliedschaft beim PPP? Nice. So, drei Fertigkeitspunkte. Auch nice. Oh ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Widerstand leicht nehmen wir auch mit. Ja, auf jeden Fall. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Niemand bleibt mehr übrig hier, der nicht bezwungen wird von dir. Gesiegt hast du, flinkes Reh. Bist der Stolz des PPP. Ja. Ja. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ja, cool. Dann geht es jetzt ab in Richtung Tempelbruch. Da müssen wir erst mal hinreiten. Ja, komm. Ja, geil. Ja, geil. Ja, so. Nice. Ah, das ist aber hier... Oh, ne, 250, das machen wir jetzt nicht. Ne, 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 lass mal. Das hier ist alles noch lega-kästisch hier. Auf geht's. Ja, aber dann machen wir das in der... Dann reiten wir in die Richtung. Machen jetzt aber die Sachen hier noch. Nein, ne, das ist ja eh dort in der Nähe. Und dann können wir das schnell machen, dass wir in der neuen Folge dann genau damit anfangen. Ist auch geil. Eigentlich viel geiler, sozusagen. Oh, ho, ho, ho. Jetzt holen die auch noch ab vor allem. Wo sollte das? Kommt her. Jetzt, ja. Deine Feigengewürer. Deine Feigengewürer. Was ist denn hier los? Ich lasse dich bluten. Und was ist denn hier los? So... Fuck. Okay, das haben wir aber auch schon mal ausgerollt hier. Gut, wusste ich nicht mehr. Also, ich wollte einfach nur vorbei. Da greift einen das Vieh einfach an. Das ist aber nicht. Wie meine Waffe heißt, die Fliegenklatsche. Das könnte man fast sagen. Keine Ahnung, ob ich hier schon mal war. Aber wir müssen auf jeden Fall da drüben hin. Oh, warte, da gab es Pfeile. Da muss ich kurz rein. Also, hier gibt es aber mächtig viel. Mächtig gewaltig, Egon. Was ist denn das? Oh ja, so ein Rebellendorf noch eins oder so. Na dann, machen wir das mal fix platt. Dann haben wir wieder den einfacheren Bogen. Ja, oder halt auch nicht. Ja, oder halt auch nicht. Ähm, ja, ja. Hm, ah, jetzt, jetzt, ja. Okay. Was war jetzt auch los? Hier kommt Schmerz! Äh. Komm nicht! Bleib doch mal hier! Ich will dir zu nahe kommen. Steht das jetzt bitte nicht falsch? Oder zieht das jetzt hier wieder aus dem Kontext? Okay. Okay. Kehr doch nicht doch. Ja! Okay. Ah, ist rein. Was haben wir denn hier? Reichtum? Was für ein Reichtum ist es denn geworden? Kann keiner sein. Nein, werdet ihr nicht. Dann gucken wir nochmal rein. Also. Oh. Danke. So. Oh. Weile. Oder irgendwo welche? Oh nein. Haben wir nicht. Na dann eben nicht. Dann machen wir das jetzt noch. Ah, das können wir jetzt nicht. Also wer weiß, was die Quest jetzt noch macht. Oder was das hier für eine Quest ist. Aber. Okay. Ah, hier geht es irgendwo runter. Ich hoffe, dass das im Haus irgendwo... Aha. Alles klar. Was ist das für... Ich frage lieber nicht, oder? Was ist los? Was soll ich sagen? Hab ich den Schwachsinn verloren? Bin ich verflucht? Vielleicht hast du auch den... Ich kann sagen, vielleicht hast du den Schwachsinn verloren. Aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber man weiß gar nichts. Man weiß gar nichts. Man weiß gar nichts. Okay. Ist das hier ein Fischer? So. Oder hat er einfach nur ein altes Fischer... Oh. Gott der Fing. Oh. Viele Fische unterwegs. Ein Aal. Mittelgroß. Aha. Ein Aal. Ein Aal. Ein Aal. Noch ein Aal. Das sind ganz schön viele Aale. Oh Gott. Dann sprechen wir mal mit dem Guten hier drüben. Vielleicht lässt er uns ja in sein Haus. Wie verflucht? Das letzte, was ich brauche, ist jemand, der mir ins Gesicht lügt. Das war ein Lob, Sachse. Nimm es ruhig an. Was brauchst du da eigentlich zusammen? Ich nenne es Legra-Castaschir-Soße. Ein langer Name. Und was stimmt damit nicht? Sie schafft nicht ansatzweise, diesem großen Namen gerecht zu werden. Das stimmt damit nicht. Und Herr im Himmel, ich habe alles versucht. Ich kriege einfach keinen ausgewogenen Geschmack hin. Ich sollte aufgeben. Wenn ich mich umsehe, kann ich kaum widersprechen. Du hast nicht zufällig einen Aal dabei, oder? Du hast Glück. Ich habe einen. Wohl an. Hat der Herr meine Gebete doch noch erhört. Das waren Gebete? Schmeiß ihn in den Topf, ja? Ich habe alles in Legra-Castaschir-Soße, ja? Hat bestimmt nichts mit Schöster-Soße zu tun. Soßenversuche. Flusswälz zu süß. Seeforelle zu penetrant. Pollack zu schuppig. Schelfisch, eigenartige Textur. Scholle zu mager. Maifisch zu viele Gräten. Goldbrasse zu fleischig. Kabeljau zu butterig. Quappe zu fest. Halber zu trocken. Lachs zu üppig. Seeseibling zu zart. Und Stör zu fischig. Nur beim Aal weiß ich noch nicht. Na gut. Ah, sie ist fertig. Wärst du so freundlich? Ich soll diese Tunke probieren? Natürlich. Dein Gaumen ist nicht so voreingenommen wie meiner. Nimm einen ordentlichen Schluck. Und? Dein Urteil? Nein. Noch nicht perfekt. Oh Gott! Falls es hilft, ich hab schon Schlimmeres probiert. Ich glaube, das war's dann für mich. Ich sollte meine sieben Sachen packen und sehen, was andere Königreiche zu bieten haben. Wohin wirst du gehen? Wie Gorner Kester. Oder wie das heißt. Am Ende muss ich die noch Wie Gorner Kester-Tunke nennen. Ah, danke. Für all deine Hilfe. Ich kenne nicht viele, Dan. Und ich wollte das auch nie. Aber du hast mir geholfen, diese Reise abzuschließen. Wenn ich dich noch um einen letzten Gefallen bitten könnte, würdest du diesen Fehlschlag in die Höhle unter meinem Haus bringen? Ich ertrage den Anblick nicht. Leb wohl. Das Glück sei mit dir. Du wirst es brauchen. Ah, das sind seine... Wilfrieds Fehlschläge. Ich habe angefangen, mit einigen missratenden Soßen weiterzuarbeiten und herumzuprobieren. Vielleicht führt eine Gärung zu einer Verbesserung. Ein Versuch ist es wert, nur... Der Gestank ist ein Problem. Deswegen werde ich sie unten lagern. Vielleicht schaffe ich es so, durch Nichtstun etwas zu erreichen. Tja, man kann nicht sagen, dass er zu schnell aufgibt. Ne. Ich dachte, es ist vielleicht zu durchmischen oder so. Na. Ne. Ich dachte, vielleicht geht da irgendwas. Ja, wer weiß. Hätte ja sein können. Dass man jetzt sagt, oh, guck mal so, wie das jetzt hier vermischt wurde. Mensch, es gibt einen ganz anderen Geruch oder so. Wärst du so freundlich? Ich dachte, das wäre AC und nicht Bioshock. Und das ist genau die Quest, die quasi so einen... ...so einen Crossover macht. Weißt du? Deswegen... Deswegen... Oh, was haben wir hier? Wilfrieds Tagebuch. Auf meinen Reisen durch die Königreiche bin ich in einer kleinen Ecke Lundens in den Genuss des sagenumwogenden Garum gekommen. Das ist schlicht gesagt unfassbar lecker. Es reicht in jede Ecke des Mundes. Nistet sich ein und macht, dass du dir die Lippen bunt leckst. Ich muss es schaffen, eine bessere Soße ähnlich oder halt eben besser herzustellen. Und dann kann ich Mutter und Vater noch beweisen, dass meine Besessenheit eine gesunde ist, die bald Früchte tragen wird. Naja, oder halt auch nicht. Ich brauchte das ganz dringend. Er ja nicht mal. Er wollte sich ja jetzt eh wegmachen von hier. Von daher. So. Ja, nun. Boah, schaffst du die Bokra-Kester-Soße klarzumachen? Man wird es nie wissen. Ach, wie tunke war das ja. Bokra-Kester-Tunke. Hey! Bokra-Kester-Tunke ist eigentlich bei vielen solcher Sachen auch ein echt besserer Begriff, ne? Statt Soße. Tunke ist doch viel cooler. Weil du halt dein Brot da reintunkst. Oder weil deine Kartoffeln und dein Fleisch. Oder Soja oder Tofu oder veganes, irgendwie andere Mittelchen da reintunkst. Zum besseren Geschmack. Zwecks des besseren Geschmacks. Nein, wäre doch Tunke sowieso viel besser. Lässt du den Kram gären? Wird das dann Plara? Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall eine Pleuré. Aber was für eine. Du wirst... Du wirst... Jetzt bleib doch mal stehen. Ich brauchte neue Pfeile. Es tut mir leid. Da müsste der Bogenschützer halt sterben. Da kann ich halt so auch nichts davon. Was haben wir hier? Ah, ein Opal. Gut, gut, gut. Dann haben wir es ja jetzt. Dann gehen wir da rüber. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Und dann machen wir noch ein bisschen Story weiter, ne? Mal gucken. Wir müssen ja hier noch so einen König-Burg-Rät irgendwie entthronen. Schauen wir mal. Stimmt, spaßig. Und blutig. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.